Im Kurs von Heiko Antoniewicz ging es aber nicht nur um das Thema Rohstoff, sondern auch um die Fermentation. Die chemische Umwandlung von Lebensmitteln durch Bakterien und Enzyme, was ja nicht wirklich so appetitlich klingt. Fermentation hat eine Bedeutung heute in der Küche, auch für die Gäste etwas Neues, Spannendes zu liefern. Wobei es ja auch eine alte kulturelle Basis gibt. Die Menschen haben seit jeher immer schon fermentiert. Wenn ich überlege, seit vielen tausend Jahren wird einfach an Geschmack immer wieder gefeilt. Und Fermentation hilft und dient immer wieder, einen Geschmack einfach nochmal zu optimieren und einfach nochmal zu verbessern. Und das gelingt wie Ihnen? Ich kann unterschiedlich an die Produkte natürlich rangehen. Das Einfachste ist, wenn ich Gemüse einlege. Das bekannteste ist natürlich das Sauerkraut, um dann nicht nur einen besseren Geschmack von Kohl hinzubekommen, sondern auch zu konservieren. Das heißt also, um ein Lebensmittel über einen längeren Zeitraum einfach nochmal haltbar zu machen. Sauerkraut wird ja eingesalzen, mit Gewürzen dann nochmal versetzt und zwischen vier und zwölf Wochen dann einfach in Tontöpfen dann auch gelagert, was dann Milchsauer vergoren wird. Das gleiche kann ich, um das auf die heutige Zeit nach modern zu interpretieren, kann ich genauso gut das gleiche mit Karotten dann einfach auch praktizieren. Also gestiftete Karotten, die einsalzen, mit Gewürzen versetzen und genauso gut in einem Tontopf Milchsauer vergären lassen. Diese Schwarzwurzeln zum Beispiel haben den Prozess der Fermentation durchlaufen. Wie auch diese Salami, die ja auch ein Teil der Fermentation ist. Und darüber hinaus nutzen wir natürlich auch bekannte Produkte, die fermentiert sind, aber wir das gar nicht im Fokus haben. Wie beispielsweise Kefir, wie Joghurt, wie Vanille, wie Kaffee und solche Sachen, die wir dann auch nochmal mitverarbeiten. Durch den Einsatz von fermentierten Produkten verändert sich das Geschmacksbild. Es wird leicht, mild, säuerlich. Innovative Trendgastronomen bereichern ihren Speisezettel bewusst mit solchen Produkten. Es ist gerade natürlich sehr, sehr aktuell damit auch zu arbeiten, aber viele Köche haben sich über viele Jahre einfach schon mit dem Thema Fermentation auch auseinandergesetzt, um dann auch für sich regionale Produkte auch zu eigen zu machen. Um dann beispielsweise eine eigene Fischsoße herzustellen. Wir stellen die aus Hechtköpfen her. Also analog an der thailändischen Fischsoße, auch in Tontöpfen gelagert, stellen wir aus Hechtköpfen unsere Fischsoße auch her, um dann etwas auch zu aromatisieren und etwas zu würzen. Funktioniert. Und ich nehme einen regionalen Fisch, um das auch herzustellen. Überhaupt kein Problem. Eine gewisse Skepsis ist bei den Kursteilnehmern gegenüber den fermentierten Produkten spürbar, obwohl Fermentieren bei den Köchen schon lange kein Fremdwort mehr ist. Das Fermentieren kennen wir ja eigentlich schon von Schokolade, Kaffeebohnen, vom Tee her, aber einfach jetzt kommt es langsam bei uns in die Spitzenküche und es ist ein sehr interessantes Gebiet. Was nehmen Sie mit für den Alltag? Es ist ein bisschen, die Schwellenangst ist ein bisschen gesunken, weil es ist ein Produkt, oder wie Sie sagen, eine Herangehensweise, die über Wochen hinweg geht. Und man muss ein bisschen die Berührungsängste verlieren und das hat man jetzt, sodass der heutige Kurs eigentlich schon mitbekommen, dass man ausprobieren soll und auch ein bisschen verstehen tut, wo die Grenzen sind. Welches ist Ihr Eindruck vom heutigen Kochkurs? Es wirkt leicht sauer auf mich, also von der Gartechnik her und so, alles kommt ein bisschen leicht sauer raus, aber ich finde es interessant und ja, mal etwas Neues. Fermentation, glaube ich, hat so ein bisschen was Altes, was Altbackenes, was nicht unbedingt so frisch und modern klingt und ich glaube, es braucht ein bisschen Mut des Gastes, Neues zu probieren. Und wie soll ich sagen, es hat natürlich auch einen gesundheitlichen Aspekt, den man nicht vergessen darf und ich glaube, es braucht eine Weile, bis das Ganze wechselt und in die Gänge kommt. Und wie soll ich sagen, es geht weiter! Vielen Dank.